ja ja läuft ja läuft heute ein interessantes video wir fahren mit unserem schönen t5 nach ollenburg nach neun neues auto abholen wir nehmen euch mit wir können jetzt ja schon mal raten was für ein auto das wird man kassen was hier denn los so wird so angeschnallt ja klar und weißt du schon ein porsche zentrum so ja eben stunde fahren und dann hier gucken was der gute jan uns da bereitgestellt hat das wird ja was hier ist ja 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 ich bin mal gespannt was das probiert was das probiert geil alter talcane oder wer ist das gar nicht mehr wenn ich hier eine modellbezeichnung kennt nur noch keiner prototype das hat mich noch nie gefreut auf dem auto das war das nie unglaubliches auto hier guck warte dieser ist doch da vorne da ist er ja auch ein schönes auto war nicht unser fabrikat aber lass mal nix das ist trotzdem schön das ist trotzdem schön das ist schön das ist schön weiß macht er auch aus weiß und rot ja wo das wo jetzt wohl die kennzeichen drankommen das habe ich noch nie vergessen hast du schon mich daran gemacht das ist doch schön drauf ne auf jeden Fall das ist es definitiv irgendwann ne das war ja jetzt hätte ich mich mit meinem bobby da hinten reingeschnitten aber ich gebe jetzt zum Beispiel was das ist ja ganz geil eigentlich wenn sie so an der mischen stehen die ganze Zeit so ja bestimmt jetzt kann ich die schule mitnehmen was kann ich 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 was ich damit vorhabe Werkstattersatzwagen nur Werkstattersatzwagen nur Werkstattersatzwagen also nur für euch da draußen als Kunden Leihfahrzeuge bleibt alles original so wie gehabt wie gehabt wie man das kennt und dann ja sieht auch gut aus ungewöhnlich dass man bei uns so ein Auto aufholt aber für dich immer gerne das ist nett das ist sehr nett das ist ein nettes Wort das ist ein nettes Wort die kann ich gebrauchen ich finde die cool ich finde die cool ja die Farbe ist also ich finde die ziemlich ziemlich ich habe die hier vorher noch gar nicht gesehen das ist ja das Schlimme was die haben der der einfach was verkauft unmöglich ist der Typ unmöglich unmöglich macht möglich aber wieder gut gemacht besser als der Weiß und so ich finde die Farbe viel schneller aus auch hier so schön schwarz schwarze Elemente also wenn du jetzt ganz groß denkst sieht das fast so aus wie der Cayenne oder Makar genau das meine ich im letzten Video und im ersten glaube ich und im zweiten da ist Service da ist sogar Sprit im Auto drin da habe ich schon irgendwie muss ja nach Hause kommen das habe ich schon erlebt du das ist cool klasse das sehe ich cool ja auf jeden Fall Klimaanlage haben wir ja Klimaanlage Radio Radio abgeflachtes Lenkrad genau Airline ganz wichtig glanz schwarz alles glanz schwarz ich fand schon her das lässt keine Wünsche übrig so dann wollen wir jetzt gleich mal nach Hause fahren sind ja bloß wie weit fahren wir 80 90 80 Kilometer ne ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben was ihr von diesem super geilen Fahrzeug haltet und kannst auch ruhig vor die Kamera kommen Gerne gerne und wir sehen uns hören und einen schönen Abend nach undnuts macht's gut macht's gut Outro